Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Yonda, der Cloudcatcher Chronicles. Ich habe ein bisschen Steinchen gesammelt und dachte mir, jetzt wo es schön Winter ist, ich habe mich auch ein bisschen umgezogen für euch, habe mir auch den Bad wieder wachsen lassen und ja, bin dabei Steinchen zu sammeln, da brauche ich mir einen Haufen für Brücken und so weiter. Hupala, das wollte ich nicht, für Brücken und so weiter. Ja, habe auch zwischendurch ein, zwei Bäumchen pflanzen können an ganz versteckten Orten, wo ich scheinbar keine Sämlinge mehr hatte und ja, das war es mal. Gut, jetzt nehme ich euch wieder mit zum Steinekloppen, ihr dürft das ja auch nicht verpassen, ne? Wäre ja viel zu schade. Jo, wir haben nämlich, wenn man so Quest-mäßig schaut, ne, könnten wir sogar schon eine Brücke bauen. Das geht sich schon aus, bleibt sogar ein bisschen was übrig. Und da ich sowieso zur Bastlerin möchte, glaube ich, dass auf dem Weg irgendwo mal, ich glaube hier Fleckenbaum könnte das sein, oder hier, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, dass man da auch schon eine Steinbrücke reparieren kann, ne? Also ich bin jetzt mal auf dem Weg dorthin und sammle alle Steinchen auf, die wir hier so auf dem Weg finden, ne? Ich habe auch den Rucksack ein bisschen ausgeleert, ich habe Farbstoffe weggegeben, ich habe Kleidungsstücke weggegeben, also in die Truhe beim Bauernhof, damit wir einfach, ja, damit ich einfach Platz habe für diese Dinge hier. So, durchs Moor muss ich, glaube ich, nicht, ne? Das reicht, wenn ich hier rüber flitze. Flitze, flitze, flitze. So, da fehlt mir ein, Sämlinge könnte ich auch wieder sammeln, nach Möglichkeit. Das heißt, ich werde jetzt auch ein bisschen Futter sammeln. So, Steinchen. Ein paar Lianen sammle ich auch gleich mit, damit ich wieder Reiseknoten basteln kann, ne? Ui, ein Steinchen. Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob das hier nicht eins von diesen süßen Schäfchen ist, das gerade schläft, nicht, dass ich aus Versehen mal drauf haue und das hat dann auf einmal Ohren und ein süßes Gesicht, die Lein. Naja, das wäre nicht so schön. Zack, zack, zack. La, lila, la, lila. Steinchen hier, wie fein, la, lila. So, dann müssen wir hier Luft. Hier müssen wir Luft. Und es regnet natürlich, ist eh klar. Wir haben Winter, es könnte auch schneien. Der Klimawandel ist auch hier eingetroffen. Baum. Na, da, da, da. So. Okay. Da vorne haben wir wieder den Teleporter. Jo, dieses, dieses, äh, Pünktchen hier auf der Karte, ne? Ist hier vorne der Teleporter, glaube ich, ist hier irgendwo, äh... Seite nehme ich jetzt nicht mit. La, la, la. Da ist eine Falle. Ist hier eine Falle? Habe ich die schon wieder vergessen? Schaut aus, wenn hier eine Falle... Äh, das Symbol hier, ne? Das da... Ah, hier. Da ist sie. Super. Überall Fallen hingelegt und, äh, komplett vergessen. So, Steinchen, 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 fein. Ach, wie herrlich muss das sein. La, la, la. So, den würde ich gerne zerdeppern. Der wird sich ja viele Steine geben. Aber das geht natürlich nicht. Nee, nee. Juii. Juii. Quatsch. So. Hier mal ein bisschen lang laufen. Ich bin jetzt, glaube ich, ganz elegant im Kreis gelaufen. Ja. Ich kann das. So. Auf jeden Fall, da müsste ich mal hoch. Und ich glaube, das geht am allerbesten, wenn man da hinten die Höhle nützen, Dün. So. Na, na, na. Na, 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 na. Guten Morgen. Begrüße. Wie geht es Ihnen? Alles fein? Ja, sind Sie glücklich? Haben Sie schon gefrühstückt? Das freut mich. So. Die hauen wir weg. Bau. So, da, la. So, da, la. Bau. Bau. Und Kabusch. Jawohl. Und dann hier ein bisschen ein Fütterle. Für Seemlinge. Wenn wir Glickschlick haben. Oder gibt es was? Zack. Jawohl. Eines. Ein Seemling. Das ist gut. Besser als nichts. Da drüben ist ein Steinchen. Bau. Bau. Kabusch. Sehr gut. Dann die Höhle. Da ist noch ein Steinchen. Die Höhle war da. Genau. Da müssen wir hoch. Klar. Gespinsti. Da brauchen wir das. Zack. Da kriegen wir eine Seide. Schöne Seide. So, komm runter. Ich will mit Pfann. Jui. Danke. Schwammerl. Noch mehr. Ja, von mir aus noch das Schwammerl hier. Klimpa, klimpa, klimpa. Klimpa, klimpa, klimpa. Klimpalein. Klimpalein. Klimpa, klimpa, klimpa. So. Na, na, na. So. Schön sammeln. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Seemlinge. Auf jeden Fall Futter haben wir genug. Schwuppi, 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 schwuppi. Seemlinge haben wir auch ein bisschen bekommen. Das ist schon okay. So. Hammer, Hammer. Hammer, Hammer. So. Her mit. Die Steine. Da ist noch mehr Steine. Zack. Zack. Und. Bam. Tada. Steinchen, Steinchen. Ach, wie fein. Steinchen, Steinchen. Das muss sein. La, 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 la. So. Da war, glaube ich, irgendwo ein Flüsselein. Und über das Flüsselein können wir ein Brückili bauen. Ja. Das finden sogar die Tiere schön. Und die Bastlergilde müsste hier auch da drüben, ne? Da müsste auch was sein. Tapsel, 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 Tapsel. Dann kann man hier gleich die Quest abgeben. Bei der gnädigen Frau da oben. Wir haben das geschafft, was du wollen tun tust. Hallo. Aha. Ja. Ja. Gut gemacht. Ja. Du hast als Bastlerin die Künste der berufsbezogenen Gilde gemeistert. Subi. Yeah. Meisterabzeichen. Bastlergilde. Eine Hornbrille. Aha. Laternenpfahl. Aha. Sonnenbrille. Das ist super. Können wir eine bauen. Dann können wir die Quest auch schon abgeben. Uh, wie geil. Bastlerbrille. Aha. Bastlerjacke. Okay. Dann schauen wir aus wie sie. Gut. Äh, das mit der Sonnenbrille, das würde ich gleich mal schon durchlasten, ne? Brüffle. Da. Ähm. Zack. 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 Sonnenbrille braucht um Gottes Willen Bastlerset Farbstoff. Gelb ist Chlor. Goldbahn, Nieten und Wasser. Aha. Goldbahn dürfte nochmal kein Problem sein. Ach, falsch. Das wollte ich bauen. So. Da haben wir die zwei Golddinger. Weil ich die Sonnenbrille, ehrlich gesagt, das wäre auch so ein... Alter. Auch so ein Thema. Das würde ich gerne mal loswerden. Dann, Niete, Wasser, den Farbstoff muss ich halt kaufen. Ich glaube, dann habe ich, habe ich den gebunkert. Das könnte sein, dass ich den gebunkert habe. Warte mal. Äh. Nieten, waren die nicht hier dabei? Ja, einmal. Dann, ein Wasser war, glaube ich, hier dabei. Dann. Bastlerset, Konstrukteurset. Und jetzt fehlt nur noch der Farbstoff. Passt. Das ist gut. Das hätten wir schon mal. Du hast entdeckt. Einen Goldbarn. Juhu. So. Das hätten wir schon mal. Dann. Äh. Genau. Die Quest, ja. Da drüben sollte... Ich bilde mir ein, da drüben müsste der Fluss irgendwo sein. Und dann könnte man dort schon eine Brücke bauen. Oder habe ich die schon gebaut? Und ich bin nur doof. Das könnte auch sein. Wir werden es sehen, meine Lieben. Wir werden es sehen. So. Jetzt dachte ich schon, dass wir ein Felsen zum Zusammenschlagen. Aber nix da. Ich rüste trotzdem mal den Hammer aus, weil ich glaube, hier unten ist ein Felsen. Den werden wir gleich zerlegen. So. Zack. Da ist schon das Wasser. Der Fluss, meine ich. Und Wasserfall halt, ne? Also. Und hier müsste irgendwo die Möglichkeit sein, die Brücke zu bauen. Dann bilde ich mir zumindest ein. Da. So. Begrüße. Einmal die Brücke bauen. Ja, bitte. Oh, die ist aber schön. Die ist sehr schön. Hübsche Brücke. Schöne Brücke. Ach, wie fein. La, la, la. So muss das sein. Hallo. Und hier ist kalt. Was ist denn? Hm. Hallo. Das, 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 das. Gölten und. Gölten und. Ich will belegen, das ist die Popol ist, das ist so. Die Ball facerte Krähenere drehen Englggen. Ach so. Gert die BeGary. Jetzt ist hier eigentlich mehr oder weniger Licht. Wenn wir jetzt hier versuchen, diese Tippfische zu fischen, damit ich mal das Öl zusammenbringe, könnte man eigentlich die Nacht recht gut verbringen, ne? Und sind sogar noch, ähm, machen sogar noch was Sinnvolles, mehr oder weniger. Fischi, Fischi, Fisch. Fischi, Fisch. Jetzt ist die Frage, ob der Tippfisch, äh, auch bei Flüssen ist oder nur bei Teichen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, da müssen wir jetzt im Fischerdorf runter. Tippfisch. Was, Tippfisch? Spitzenfisch war's, oder? Scheiße. Zocki, das sagt man nicht. Stimmt. Verdammt, äh, wie war das mit dem Öl? Tippfisch, obwohl passt alles. Passt, passt, alles gut. Alles gut. La la la. La la la. La 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 la. La la. La la, Fischi, Fischi. Ich glaube, das ist kein Tippfisch, der ist zu groß. Egal, fischen wir mal raus. Weh, weh. Weh. Die ist ja schon gut, dass ich bei dem Pfeil nicht so gut. Ein Geisterfisch. Ach so, mitternacht, ne? Ja. Super. Super, Zocki. Super. Wau, dann kann man die Laterne, ne? Ich werde mal versuchen, wie stelle ich mich da am besten hin? So. Ich hoffe, es ist da auch was. La la la. Fischi, Fischi. La la la. Fischi, Fischi. Komm her. Fischi. Fischi. Fischi, Fisch. Hallo. Da. Fang. Fass. Ja, feines Fischi. Da. Komm mal zu Mama. Alter. Ne, ne, ne. Ich sehe nichts. Alter, ja. Jetzt haben wir ihn. Ein Spitzenfisch. Okay. Wurscht. Jetzt will ich mal Diepfische haben, kommt alles andere, ne? Fischi, Fisch. Uh. Da. Da ist was. Ein großer Wäder. Ich glaube, das ist so ein Geisterfischi wieder. Komm. Komm. Zack. Haben wir ihn schon. Ist ja wurscht. Machen wir halt so Geld dann, ne? Ja, ja. Ist schon fisch. Ist schon fisch. Ist das nichts. Ein. Geisterfisch. Wow. Oh, neuer Rekord. Wuhu. Nice. Ich glaube, ich hoffe, ich hoffe, ihr könnt es das sehen. So. La, la, la. Bald ist wieder Tag. Dann können wir weiter. Fischi, Fisch. Das ist ein Diepfisch. Ja. Weil Öl brauche ich, ne? Für dieses Pommes und weiß Gott was. Und dann muss das kombiniert werden, damit wir das eine Viechlein mal haben. Das ist gar nicht so einfach. Aber das passt ja so. Die Viechlein hier essen Dinge, ne? Und glaube ich. So. Das erste Öl haben wir schon mal. Ich mache gleich noch ein zweites, wenn möglich. Fischi, Fischi. Huhu. Huhu. Das wird so ein großer. Keine Ahnung. Das ist sicher nicht das, was ich möchte. Das ist Arbeit, ey. Hala. Hala. Das mit dem Felsen da ist ein bisschen ungeschickt. Jawohl. Haben wir schon. Es ist ein Prinzessin-Fisch. Das hört man noch nicht. Der ist aber hübsch. Servus. Prinzessin-Fisch gefischt. Super. Fischer-Fisch. Nur nicht ins Wasser fallen. So. Lala. Fischi, 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 Prinzessin-Fisch. Okay. Das dürfte ein Tipp-Fisch sein. Sehr schön klein und schmächtig. Klein, aber fein ist unser Fischi-Lein. Supi. Und der nächste. Dann hätten wir noch zwei Öle. Fischi, Fischi. Da fehlen nur noch Kartoffeln, glaube ich, ne? Hallo, Fischi. Jawohl. Es ist, glaube ich, wieder Tag. Das heißt, wir können weiterreisen. Sehr gut. Jawohl, die Fischi. So. Fuh. Ich muss mal schauen. Koche. Ich sollte mir so die Dinge aufschreiben. Wie geht das jetzt mit den Bommes hier? Bommes Fritz. Das ist das gleiche, was wir für das Fischi-Lein brauchen, ne? Die Bommes. Da brauchen wir Öle und Gewürze. Und die Gewürze bauen wir mit Kochset, Goldminze und Kräuter. Wir haben alles. Öl. Ja. Okay. Das passt schon mal. Öl können wir schon zweimal herstellen. Also einmal. Zweimal nochmal. Genau. Hier brauchen wir jetzt noch eine Kochset. Da brauchen wir die Bommes da herstellen. Und da brauchen wir nochmal Kochset. Und dann. Und dann. Öl und Gewürze. Verdammt. Was? Wir brauchen... Noch zwei Fisch. Alter. Das machen wir, wenn es wieder finster ist, ne? Wäähwäähwääh. Dann. Wenn es wieder finster ist, gehen wir fischen. Okay. Gut. Und die arme Frau braucht mal was für den Regenschutz. So. Ne? Alter. Hier sind Quests. Da oben. Glaube ich. Schauen wir mal rauf. Ne? Zwei Quests sogar. Ha? Hier irgendwas? Hä? Ah, da oben. Da brennt was. Ach so. Du bist es. Mein Gott. Erkönne deine Verwandtschaft. Sprich mit den Wesen, die in dieser Welt leben. Sprich mit den Wesen, die in dieser Welt leben. Ähm. Ja. Verwandtschaft. Das könnten Geister sein. Oder auch Menschen. Ist ja was. Oh. Kannst du mir Dipfisch besorgen? Danke. Fünf Dipfisch wären toll. Ach, hupf doch in Gatsch. Ist ja unglaublich, oder? Du Kerl. Oh, da kann man es anpflanzen. Glaub ich. Schaut aus. Ja. Pflanze, Pflanze. Boing. Ich will Dipfisch haben. Du mir müssen geben. Ja. Du sein, feine Frau. Oh, Ruck. Jetzt wollte ich hüpfen. Ja, ich wollte auf die andere Seite wegen der Schatzträne. Jetzt wollte ich elegant rüber hüpfen, weil das ist überhaupt nicht gelungen. So, geht es aus? Geht es aus? Nein. Schade, sie kommt ja nicht hoch. Ich wollte es nur probieren. Dann halt nicht. Dann bleibst du halt in der Drohe. Ist mir auch wurscht. So, da drüben wäre noch eine Quest. Soviel dazu, die Questlog wird leer. Pfff. Von wegen. Ah, da haben wir noch was. Da wird noch was. Eine Brücke, ha? Was haben wir denn da? Ein guter Platz für eine Hängebrücke. Meinst du nicht auch? Fleckenwaldbaum. Holzbrücke. Kann ich bauen. Ich sofort will machen das. Ja, bitte. Ja. Schön. Heute ist da hinten wieder eine Katze. Sehr nice. Gott sei Dank haben wir genügend Holzzeug. Lala. Hallo. Drohnen sind hier mal ein Haufen. Nein. Alte Münzen sind das, glaube ich, ne? Katzi? Gibt es hier einen Katzi? Hallo. Weil da ist es ein wendliches Bier. Katzi. Hallo. Katze. Bist du da? Hallo. Nein. Keine Katze hier. No. Nix da. Okay. Dann halt nicht. Oh, was haben wir denn hier? Ein Sternenbild. Tier der Hoffnung. Tada. Nice. Gut. Ich sollte mich das öfter mal umklubschen. Glu, gu, 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 gu. Verstehst? So. Die Suche nach Steinchen, ne? Alter, jetzt will der auch die Pfische. Ich brauche das Öl. Egal. Heureka. Was haben wir da unten für ein Schild? Kann ich hier auch einen Bauernhof bauen? Schaut aus. Alter, wie viele Bauernhöfe gehen da noch? Ich habe mir schon gedacht, dass es hier im Gebiet keins gibt. Fleckenbaumhof. Ja, wir können den sofort bauen. Auf der Stelle. Bitte. Machen wir es sofort. Haben wir einen neuen, ähm, neuen Punkt zum Borten. Nice. Supi. Das freut mich. Schön, schön. Boah, vor allem mit einer Kutsche, mehr oder weniger. Mit der ich zwar nichts anfangen kann, wie es ausschaut, aber trotzdem schön. Nice. Drei Aufgaben sind in diesem Gebiet noch nötig. Dann haben wir das fertig. Oh, wir kommen ja mal vorwärts hier, dass man das noch erleben kann, äh, darf. Weck, weck. Okay. Ui, ich sehe einen Felsen. Den Felsen, den Felsen, den holen wir uns. Den Felsen, den Felsen, den hauen wir zusammen. Ja, ja, ja. Oh, ist es finster. Ich brauche einen Fluss. Ah, da sehe ich was zum Anpflanzen. Das ist vortigst. Dong. So, wieder ein Fleckchen weniger. Was ist da drüben? Das schaut verdächtig aus. Ach so, ein Schweinchen. Mein Gott. Schaut verdächtig aus. Mei, bin ich schier. Ja, ein verdächtiges Schwein. Es hat Blumen am Rücken. Es ist verdächtig. So. Gut. Das Schweinchen möchte ich unbedingt haben auch. Das habe ich eh schon mal lange, äh, gesagt. Prophezeit. Dann würde ich sagen, können wir wieder fischen, ne? Wir brauchen sehr viele Diepfische. Sehr viele. Servus, Gnädigste. Ich habe immer noch keinen Regenschutz für dich. Weil ich ein Arsch bin. Richtig. Gut erkannt. So. Diepfisch. Diepfisch. Wo ist das Fischi? Wo ist das Fischi da? Komm. Fass. Feines Fischi. So. Wo? Jawohl. Es ist ein... Diepfisch. Fällt nur noch vier für den ein. Und vier für uns. Also fünf für den ein, vier für uns. Neun müssen wir fischen. Boah. Diepfischi. Fischi-Fisch. Komm, komm, komm. Der fein. Ein Diepfischi. Latsch. Fischi, Fisch. Fischi, Fisch. Wo ist das Fischi? Fischi, Fisch. Ah, der ist ein großer. Ich will einen kleinen haben. Das ist noch ein größerer. Alter. Äh, dann nehmen wir den größeren. Glaube ich. War das jetzt der größere? Ich hab keine Ahnung. Irgendeiner halt. Oh, alter, alter, ja, 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 ja. Ist schon fein. Ist schon gut. Alter, schwere, alter, schwere, alter, schwere. Ja, 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 ja. Geilhammer, glaube ich. Alter, alter. Alter. Der ist, der ist hart. Jetzt haben wir, was bist denn du? Ah, nochmal der Prinzessin Fisch. Okay. Buh. Das ist Arbeit. Machen wir schon zwei Minuten bei einem Fisch. Diebfisch. Da ist er. Komm her. Komm her. Mach schnapp. Mach schnapp. Komm. Fischi, Fisch. Sei fein. Ja, ich glaube, das ist auch einer. Hoffe ich. Oh, ruck. Jawohl. Wir haben jetzt fast zwei Uhr morgens. Okay. Da können wir es vielleicht schaffen, dass wir die fünf wenigstens haben. Kleines Fischi, kleines Fischi, kleines Fischi. Da vorn. Da. Na, das ist auch ein großes Fischi. Verdammt. Ganz kleines Fischi. Da ist ein kleines Fischi. Bitte, kleines Fischi. Weiß an. Kleines Fischi. Nein. Ja. Nein. Oh Gott. Da drüben ist auch ein Fischi. Komm her, Fischi. Dieb, Fischi. Na. Bist du eins? Mach schnapp. Bitte. Oh Gott. Ich glaube, das war der große. Na, der kleine. Fast. Ich glaube. Jawohl. Ein Diebfisch. So. Platsch. Wo ist der Diebfisch? Ich glaube, der ist zu groß für einer. Das könnte ja so ein Spitzenfisch sein. Ja, das könnte tatsächlich in der Tat. Ja, Spitzenfisch. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber glaube ich auch für irgendwas war der doch gut. Da, das könnte wir den Diebfischi sein. Komm her. Mach schnapp. Brafisch. So, komm zu Mama. Komm zu Mama. Ja, nicht so. Jawohl. Braver Fisch. Und, das hätten wir mal. Da brauchen wir noch vier. So. Platsch. Na, der ist mir zu groß. Wäre zwar interessant, den zu fischen. Schauen, was es ist, aber... Nix Zeit. Könnte... Nein, Geisterfisch kann es, glaube ich, nicht mehr sein. Das ist schon zu... Das ist schon zu früh. Am Morgen. So, wir haben sieben Uhr morgens fast. Es gibt Fisch. Passt. Ähm. Sechse haben wir. Sollen wir es fertig machen? Ah. Ne. Äh. Da gehen wir dem Armtropf, die Fisch ist und gut ist. Brauchen wir noch drei für uns dann, wenn es wieder finster ist, dann passt das schon. So, wo ist er denn da drüben? Servus, Kerl. Na? Oh. Danke, Mädel. Romp. Okay. Es ist mir eine Freude, mit dir zu reisen. Mit dir fühle ich mich wie ein Fisch im Wasser. Ach so. Also die können Sachen machen, ist ja unglaublich. Hat sich der einfach mal in einen Menschen verwandelt. Gut, dass wir dem geholfen haben. Haben wir einen neuen Freund. Apropos Geist. Das wollte ich ja wieder mal einen anderen wählen, ne? Ich würde sagen, nehmen wir den. Haben wir den schon mal gehabt? Nehmen wir ihn. So. La la la. La la la. Sehr, sehr schön. Ui, da haben wir es zum Anpflanzen. Stopp. Da sind noch Sechse übrig. Boah, ob ich die finde, das wäre echt schön. Aber, halleluja. Da vorne ist noch ein Fleck, glaube ich. Ah ne, der hat nur so ausgeschaut. Ja. Das war, ähm. Das war Absicht. Jawohl. Na gut. Hm. Jo. Zähme ein Tier, bring es zum Stein der Weißen. Ach so, ist das gemeint. Ach so. Warte, warte, warte. Wo haben wir denn die Dame? Da war doch eine Dame. Oder kann ich dich schon... Habe ich zufällig das mit, was du magst? Hallo. Gib ihm Gegenstand. Liane magst, habe ich ein Glück. Hallo. Kommst du mit mir mit? Ja? Komm mal mit. La la la. Nicht zu schnell, also es kommt das Kleine nicht nach. Ja? Komm nur mit, mein Freund. Du bist niedlich, weißt du das? Ja. Ja? Wiek, wiek. La la la. So, ein kleines Stück noch, bitte. Sei so nett. Ja, genau. Hierher zu dem Kerl da. Der tut dir nix, hoffe ich. Sonst muss ich ihn verhauen. Ja? Komm nur her. So. Ja? Schau mal. Und was sagst du jetzt? Der Pferd ist offen. Stein der Weisheit. Fleckenbaum Wald. Abgeschlossen. Yes. Gesundheit. Ich glaube, das hat er genießt. Ja. Ich schau nur mal rein. Bin gleich wieder da. Ui, und der Pferd ist auch zu Ende. Die Bäumchen hier, also diese Steine der Weisen hier sind alle so schön. Da fehlt noch einer. Den haben wir offen. Der fehlt auch noch. Den haben wir offen. Also fehlen drei. Sehe ich das richtig? Das sieht man die Gebiete. Schnee und Eis fehlt mir auch noch einer. Hallo, wie geht's denn dir eigentlich? Oh, die Geister sind meine Kinder. Kümmere dich bitte gut um sie. Äh, ja. Ich glaube, hier rein mussten wir. Die Steine der Weisen sind echt praktisch, muss man sagen. Gut. Dann will ich sagen, wir beenden den Part. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.